Klopapier bleibt immer zu Haus, während andere ihren Arsch in der Prinzenbar schwenken. Hört die Rolle auf'm Haken und kann nur an Ersche denken. Klopapier ist nicht nur für den Arsch. Denk doch mal, wenn du n' Schnupfen hast, dann kannst du es auch benutzen, um das Näschen auszuschnupfen. Oder dir von der Schnute die Soße abzutupfen. Gibt's im Kusen, dann hast du es im Koffer, manche zumindest. Sechslagig ist das Zeug ein Bogett. Kannst es anschlecken oder in die Nase stecken. Oder benutzt es als Ohrenschutz. Kannst Kondome einwickeln, den Alter aus deinen Pickeln. Das Klopapier bleibt niemals aus. Nur Klopapier oder immer zu Haus, während andere ihren Arsch in der Disco schwenken. Bleibt die Rolle auf'm Haken und kann nur an Ersche denken. Klopapier ist auch in der Nase. Und Florian Sommer, Ladies and Gentlemen. Das Kloppa. Das Kloppa. Untertitelung des ZDF, 2020